Sie sehen hier, wir haben ganz viele grosse Flöten. Bassflöten, Subbass, Kontrabass, ganz grosse. Jörg Freien zeigt dir jetzt mit dem Bass- und Rhythmik-Kurs, was noch alles auf der Flöte an kann. Ihr habt uns wochenlang mit der Bassflöte auseinandergesetzt. Wir möchten euch den Sound zeigen von den tiefen Flöten. ZANG EN MUZIEK Amen. »Finlandia« ist ein Stück von Sibelius. Ein sehr normales Stück habe ich umgeschrieben für ein paar Anfänger von Oren, für vier Stimmen. »Finlandia« ist ein Stück von Sibelius. 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 »Finlandia« ist ein Stück von Sibelius.